Hallo und herzlich willkommen zurück im FS22 News Studio, hier zu den Nachrichten zum LS22. Natürlich, Lars hat es angekündigt in dem letzten Spezialinterview, es wird Details zur Charakterstellung geben. Wir haben schon so ein paar Kleinigkeiten gehört, als es war es, was austauschbar sein wird. Wir haben an den Figuren, die wir im Vorfeld schon gesehen haben, gesehen, dass es deutlich mehr Varianten gibt. Bärte, Hüte und Köpfe, entsprechende austauschbar Klamotten haben wir schon gemutmaßt, dass da einiges passiert ist. Aber jetzt in dem aktuellen Blogbeitrag, den wir hier einblenden, gibt es die Informationen dazu und zwar die Charaktererstellung. Ja, und hier steht natürlich ein bisschen was drin. Unterkörper, Oberkörper, Outfit, Lieblingsmarken sowie Accessoires. Lieblingsmarken ist tatsächlich spannend, weil die Charaktererstellung Brands bietet. Da sind einige Brands dazugekommen, inklusive natürlich dem Ausstatter für landwirtschaftliche Moden, muss man ja sagen, das ganz viel macht. Engelbert Strauß, kennen wahrscheinlich viele von euch, gibt es als Marke tatsächlich, aber da gibt es auch noch mehr. Aber lasst uns mal gucken, was hier alles drin steht. Also Charakter, Frisuren, also man kann Charakter auswählen, kann Frisuren, Bart, Schnurrbart, also zweigeteilt tatsächlich. Eigentlich ist es immer eins, Bart und Schnurrbart gehört ja irgendwie zusammen. Also wie kann man das trennen, aber man hat es hier getrennt. Das Ganzkörper, Outfit, Oberkörper, Beinschuhe, Kopfbedeckung, Handschuhe und Brillen gibt es entsprechend, die ihr auswählen könnt. Wir gucken uns die Screenshots natürlich jetzt gleich noch ein bisschen genauer an, die hier drinstehen. Aber es gibt hier unten noch eine weitere Information, die im Vorfeld schon interessant ist. Also hier tragt eure Lieblingsmarken, da steht unter anderem natürlich die Herstellermarken von den Geräten. Da seht ihr auch hier in dem Screenshot schön, Case, Klaas, Waltra ist es glaube ich. Und das ist wahrscheinlich irgendjemand für selben, also genau kann ich nicht sagen, John Deere, New Holland haben wir hier. Da ist Messer Ferguson dabei, Case ist dabei. Natürlich die Marken, dann haben wir hier Engelbert Strauss, hatte ich gerade gesagt. Elton als Ausstatter natürlich auch. Ja und hier schön ein Blick über die Übersicht. Aber wie gesagt, wollen wir uns gleich nochmal angucken. Wo hatten wir das denn? Irgendwo stand das drin, Moment. Da steht es drin. Genau, besucht dazu einfach die Garderobe auf eurer Farm und wechselt das Outfit. Das heißt, ihr könnt während des Spiels das Outfit wechseln. Mega cool. Da machen so ein paar Klamotten auch ein bisschen mehr Sinn. Ne, macht keinen Sinn, es ergibt Sinn. Es ergibt Sinn. Wollen wir mal reinschalten. Also, da haben wir die Charaktererstellung. Das sind die Kopfformen, die uns erstmal zur Verfügung stehen. Die ihr auswählen könnt. Sechs Herren, sechs Damen. Das heißt also Gleichberechtigung hier auch wichtig. Obwohl man sagen muss, meine lieben Giants-Mitarbeiter, die Höflichkeit, die Etikette bietet, dass die Damen tatsächlich oben stehen und als erstes genannt sind. Da könnte man jetzt über, das ist so, man hält der Dame auch heute noch die Tür auf. Das ist nett, das ist freundlich. Und deswegen kann man die auch oben anschauen. Was ist denn da los? Dramatik, Dramatik. Das muss noch umgebaut werden. So, dann haben wir hier die Frisuren. Natürlich für die Damenwelt, die anders aussehen. Wir haben hier eben noch nicht alles zur Auswahl. Und bei Damen werden wir wahrscheinlich auch keine Bärte zur Auswahl haben. Und wenn, dann gibt es tatsächlich sehr witzige Szenen. Obwohl, eigentlich warum nicht, ne? Im Sinne der Gleichberechtigung muss man da drüber nachdenken. Na, schauen wir mal. Solche Ideen kommen da an. Über sowas macht man sich dann auf einmal Gedanken. Ich bin voll im Rollenspielmodus gerade, ne? Also, wie gesagt, Frisuren gibt es hier. Im nächsten Screenshot sehen wir, dass es bei diesen Frisuren zusätzlich natürlich noch die Auswahl der Haarfarbe gibt. Natürlich sinnvoll. Passt auf jeden Fall. So, dann haben wir Bärte, ne? Untenrum die Bartansicht könnt ihr auswählen. Und dann könnt ihr, ah, den entsprechenden Schnurrbart wählen. Wird aber hier nicht angezeigt. Also haben wir in dem Screenshot nicht dabei gehabt. Deswegen springen wir hier direkt weiter zu den Oberteilen. Und an der Stelle seht ihr die gebrandeten Oberteile. Sprich, die mit einer Marke drauf. Im oberen Bereich darüber, das ist jetzt hier gerade auf dem Screenshot nicht zu sehen, dann gibt es auch noch Oberteile und Sets, die nicht gebrandet sind. Das gibt es in jedem Bereich tatsächlich. Auch das hier seht ihr hier oben. Das sind die Hosen. Könnt ihr auch nicht gebrandet nehmen. Oder eben die gebrandeten Hosen. Bei den Schuhen das gleiche. Sportschuhe, Stiefel, Sneaker, Wanderstiefel. Also schon diverse Schuhe da im Einsatz. Und wie gesagt, auch mal nicht gebrandet mit den üblichen Gummistiefeln. Wie der niederrheinische Landwirt sie so im Melkstand trägt. Ja, gibt es auf jeden Fall diverse. Dann natürlich auch der Cowboy. Das soll auch im Westen nicht fehlen. Cool. Also irgendwie jetzt schon drauf. Leider haben wir die Hutauswahl hier gar nicht im Screenshot drin gehabt. Muss ich gleich selber nochmal gucken. Aber wir können auf jeden Fall gleich noch ein paar Charaktere sehen, wo wir noch ein paar Hüte noch sehen, beziehungsweise ein paar Kopfbedeckungen noch dabei sind. Hier seht ihr Handschuhe. Könnt ihr entsprechend nehmen im Melkstand. Und ob der jetzt den Cowboyhut trägt mit einer Lederjacke und Gummihandschuhen, Stiefeln, weiß ich nicht. Kann man, glaube ich, auch anders wählen. Aber das ist ja das Schöne. Das könnt ihr jetzt selber wählen. Da habt ihr selber alle Möglichkeiten. Und hier gibt es dann nochmal eine Runde Brillen. Kann man eben natürlich auswählen, dass man keine möchte oder eben nachwählen. Und ihr könnt es, wie gesagt, jederzeit ändern. Ihr könnt zum Farmhaus gehen. Da wird es Garderoben geben, drinnen oder irgendwie anwählbar. Auf jeden Fall wird es die da geben und dann könnt ihr loslegen. Und hier natürlich einige Sets nochmal zu sehen. Stil auch als Brand. Eben für die Kettensägen. Ihr seht eine völlig unterschiedliche Oberkörperbekleidung. Was ihr alles machen könnt hier mit dem leicht asiatischen Stil. Mützen seht ihr auch. Da sind bei den Kopfbedeckungen bei. Sogar Motorradhelm ist dabei. Was auch immer ihr mit so einem Motorradhelm fahren wollt. Aber vielleicht gibt es da was. Oder es ist nur Show. Wer weiß es. Mal gucken, was uns Giants da noch bringt. Ja und dann auch hier eine Auswahl. Also ihr seht wirklich schon eine relativ große Auswahl. Für das, was wir früher hatten mit einem Hemd, haben wir doch jetzt eine sehr breite Auswahl. Und ich finde, die sehen auch relativ gut aus. Also gerade diese Lederjagden. Das gefällt mir schon. Genau, oder hier mal auch wieder asiatischer Stil mit der Sonnenbrille. Ich sage jetzt nichts weiter. Manchmal muss man auch wissen, wenn man den Mund hält. Und dann haben wir hier nochmal die komplette Markenset. Hier Case mit Hoodie und Cappy und das komplette Glass-Suit und Fans-Suit. Und was ist denn das? Hushiyama, Hushikwama? Kenne ich tatsächlich nicht. Ihr wisst es bestimmt besser. Könnt es mir nochmal reinschreiben. Ja und dann hier auch nochmal das Markenset einmal komplett durch. Da sehe ich mich ja, ne? So ein bisschen mit so einem weißen Bart. Super, sehe ich mich genau. Finde ich super. Also wie gesagt, Rollenspielelement. Obwohl, so eine Pilotin könnte ich auch spielen, ne? Man muss ja nur irgendwas zum Fliegen haben. Dann könnten wir auch hier die Pilotin spielen. Mittendrin, statt nur dabei. Ja und dann sind wir wieder bei der Übersicht. Also Charaktererstellung, tipptopp Sache. Vielen Dank, Giants, für diesen Überblick und natürlich für die Möglichkeit. Och, da ist übrigens die Hutnummer. Dann habe ich den Screenshot wahrscheinlich übersehen. Also hier haben wir auch nochmal die Hutnummer dabei. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich denn auch diesen Bart überklickt. Da ist Bart. Ah ja, hier. Da sind tatsächlich auch die Schnurrwerte drin. Ja, habe ich so wohl übersehen. Na, guckt. Gibt es auch. Auch das haben wir. Was haltet ihr von der Charaktererstellung? Meint ihr, ihr könnt jetzt euren Lieblingscharakter erstellen oder fehlt noch was Eklatantes? Ich finde, der Lars hat nicht zu viel versprochen. Wir haben da eine sehr schöne Charakterauswahl und ich freue mich sehr drauf, meine Charaktere zu verändern, zu bestimmen und je nach Projekt einzukleiden. Dann werde ich nicht nur hier einen Cowboy-Hut tragen, sondern auch im Spiel. Und wisst ihr was? Das können wir eigentlich jetzt direkt mal eben machen. Im Nachgang wird nämlich Bergisch Land aufgenommen und da muss der Charakter wieder völlig anders aussehen. So, meine Lieben. Ich hoffe, euch haben die News gefallen, dass mir ein Däumchen da wenden, dem so ist. Und natürlich gerne einen Kommentar. Wie wird euer Charakter aussehen? Beschreibt es doch mal in die Kommentare und dann gucke ich mir das an. Und freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bye, bye und ade.